Das ist ja direkt auf uns und das ist dann halt so ein bisschen von der Seite, oder nicht? Ein bisschen, wir können auch noch die Kinect nehmen, wir nehmen noch zusätzlich auf, dann sieht das ja auch so wie in einem... Basic-Welt 1, this is you, skip! Nein, this is not me! Das habe ich gemeint! Hast du A gedrückt? Warum drückst du 5 mal A? Weil ich dachte, das hat nicht funktioniert! Stay! Was machst du? Ich habe nicht gedrückt! Ach, er hat nicht gedrückt! Geh doch weg! Warum du überhaupt, du bist quert! Ja, weiß ich, das ist nicht so sicher! Dieser Funkel wird, glaube ich, einiges kaputt machen! Oh ja! Skip! 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 Kannst du ihn zum Schlafen bringen? Das war's dann nicht, einfach die Decke darüber machen und dann... Die Decke! Ihr seid so gemeint! Der arme Vogel doch! Der arme Vogel doch! Hübsch! 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 Dann... Somit wäre du 3 oder 4 oder... Ja, du 3... Ich würde einfach sagen Team Slayer, ne? Ja... Oh! Oh! Man kann schon Local Players spielen, aber... Keine Gäste! Das war das Problem am besten nicht! Also! Okay! Herzlich Willkommen, Freunde der Gepflegten und Haltung! Ich weiß gar nicht, auf welche Kamera ich gucke... Weil, Mensch, das ist ja so fancy alles hier! Ja, es sind hier so 2... Super Null! ...zu einem Live-Commentary zu dritt auf einer Konsole! Mal sehen! Mal sehen! Ja! Jetzt kommt genau Ende 2 Anniversary! Jetzt wird's gewartet, dass wir geraten! So richtig! Chilliger Zockerabend! Oder Nachmittag oder was auch immer, wenn's grad ist! Ist ja Abend! Oh! Now is the ambulance coming! Oh! Polizei oder irgendwas draußen am Schal! Weil der Vogel hatte die ganze Zeit nur Hunger! Ich dachte, meine Mom hat dem was gegeben, aber... Man, der ist jetzt nur ruhig bis er's aufgegessen hat und dann macht er wieder Sturz! Nein, der hat einfach nur auf sich aufmerksam gemacht, weil er halt Wunder hatte! Jetzt lass den Vogel! Trau Tieren niemals zu viel Intelligenz zu! Läuft das da überhaupt? Weil die Hunde sind fesch! Aber... Sie sind nicht klug! Läuft das da überhaupt? Was soll da laufen? Ja, die Aufnahme! Läuft das? Läuft das? Läuft das? Ja, das läuft! Läuft doch! Also schon, wir können das hier auch noch drehen! Vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen heller machen! Wir sind ins Bild gelaufen! Connecting Sessions! Searching for more players! Oder wir machen hier... Das B ist nicht! Dann noch nicht! Noch nicht! Das ist eine Energiesparade! Die wird noch heller! Ich hoffe, es ist modern! Oh, wir spielen jetzt! Halo 1! Let's play Halo 1! Okay! It's not Ascension! Ascension was gestern! Now it's Halo 1! Halo 1! Was hast du gegen Halo 1? Halo 1! Halo 1! Ce! Combat! Evolved! Kampf um die Zukunft! Ja, aber auf jeden Fall die Macht! Die können innerhalb von Sekunden... Findet ihr die Kamera ist zu dunkel? Ich finde es ist okay! Wir werden jetzt einfach spielen! Aber ich werde so spielen! Dann bin ich dann irgendwie doof im Weg! Kann ich jetzt auch nach vorne legen! Also ich spiele halt immer so! Exakt! Aber auch dann bist du mehr! Oder mir ist das egal! Oh Gott! Ich kann mich besser konsumieren! Ah! Ich muss meine Empfindlichkeit und meine Steuerung vorstellen! Oh yeah! Ich hab den Primetime Screen! Oh! Nein! Was ist das hier für eine Steuerung? Scheiße! Oh! Serious! So! Button Layout! Ach wie, was? Sieh, dass wir verlieren! Bam! Du bist gerade... Mach das weg! Wir machen das danach! Du wirst doch wohl mit Default spielen können! So! Kann das sein, dass wir eigentlich wieder im Game zu hören? Oder irgendwer hat gerade geredet? Was war das denn gerade für ein Vegas-Spiel? Persönlich zu hören! Ich hoffe, ich habe nicht... Stirb doch da oben! Der ist auch AFK, jetzt ist er aus unserem Team gequittet, ne, aus dem Gegner-Team tatsächlich sogar. Wie versteht ihr denn hier? Vibration. Bitch, Vibration! Was gibt's hier vorne? WT! Bei denen ist ein Kinder. Was zur Hölle, wo bin ich denn auf einmal hin? Ich seh keine Gegner. Oh Gott! Ach, serios, die werden mich denn jetzt getötet? Und welche Medaille? Schau mal, sämtliche Medaille wird poppen da von Brandenburg. Das müssen wir auch raus. Werner weiß, zu wem sie gehören. Sie sind einfach nur da. I don't find anything, it's shit here. Die Gegner sind auch AFK im Moment. Alter. Alter, die Spons. Also, fürs Verständnis oben ist der Quert. Unten links ist Psycho. Und dann rechts nicht. Was geht hier vor sich? Das war auch nur der Info an den Quert, weil er das wahrscheinlich selber nicht checken wird, wenn er schneit. Ist das ja schlimm. Aber gut, bei euch hättest du euch tatsächlich nicht gewusst. BAM! Halo 1 hat keine 60 FPS, wenn du das dritt spielst. Ja. Nee, also von hier oben geht's minus 1. Triple kill! Kampus sauber. Wer von euch sag ich 1 und wer ist 2? Du bist 2, gell? Ich bin 2 und 1. Hm, 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 hm. Muss mein Magi lieben. Lebt der da noch, oder wie? Der ist so, ey. Habt ihr Double Down? Voll gefallen. Beide vollkommen. Oben ist einer. Uaaah! Happy! Nein! Wo bist du denn? Es ist so old school. Es ist mega old school. Aber in Halo 1, finde ich, geht es. Da ist nicht so viel Graphic, das sich ablenkt und so binzig klein ist alles. Ja. Was? Nein! Und der Fernseher ist halt. Wo kommt die Rocket her? Wo geht's auf der Map Rocket? Keine Ahnung, man. Vielleicht top mit? Nein. Nein. Das liegt aber schön. Achso. Gegenüber vom Camo. Wo ist Camo? Wo ist Camo? Genau. Achso. Ne, da liegt aber einfach. Ich sehe hier nur dort Leute rumglitschen, weil die sich irgendwie rumporten, wenn sie in den Porter gehen, dann macht das Spiel die einfach nur kurzzeitig und endlich schnell. Und ein Frame sind sie dann auch irgendwie in der Mitte zwischen den beiden Portern. Und dann ist das ganz komisch. Sehr wunderlich hier. Sehr wunderlich hier. Der Sound ist wie Spackdorfer. Das ist da ein konstantes Warbein mal wieder. Konstantes Warbein. Warum? Sind die denn alle immer Arf? Haben wir überhaupt noch Gegner? Zwei Stück? Wie viele Kills müssen wir überhaupt noch machen? Sechs. Jetzt geht noch. Sind alle Arf? Genau. Can't be Arf. Das sind alle Arf. Kann ich dann so lange mein Setup wechseln? Nein. Was? Nein. Du Mieser. Was ist mit euch los? Der Fallen, du hast es doch aufgemacht. Bumper Jump. Und ich sterbe. Set for all games, yes. Jetzt ist ein Haustwechsel, glaube ich. Set for all games. Der Spiel ist vorbei. Okay. Well. Es sieht fast aus, als wäre es abgestürzt so ein bisschen. Mal wieder. Oder? Eins der wenige Male. Eins der wenige Male. Was hast du getan? Ich hoffe, meine Einstellung gelbe. Den haben wir gewonnen. Haben wir ja noch. Das Spiel ist vorbei. Du hast echt gewonnen. Ich bin der Beste, ja. Du bist einfach nur scheiße. Ich bin der Beste, ja. Du bist sechs Tode. Ich habe nur drei Tode. Ich bin der Beste, ja. End again. Au. Ja. And another round. Bigge spielen. Bigge. Bigge. Oder Infektion. Oh Gott. Nur für kurze Zeit verfügbar, ja? Ja. In Ihrem Kühlregal. Nehmen Sie sie solange warm. Wenn wir braten, Max, wir bleiben. Denken Sie still morgen. Oh Gott. Zanzipa. Zanzipa. Obwohl ich auch auf Chillout Lust gehabt hätte. Aber ihr seid ja so Verkenner. Waren Kult. Was ist das denn hier? Ist das hier nicht klar? Chillout. Ja. Goddammit. Fuck. Please kill. Ich will auch Jungen machen. Get a new one. No, no, no. I already have. That's what happened. Yes. Das war sogar relativ lustig. Tatsächlich. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn gemacht? Kurz wiederbelebt. Das ist aber so. Er liegt im Sterben. Er liegt im Sterben. Er liegt im Sterben. Er liegt im Sterben. Es lag tatsächlich. Oh Gott. Oh nein. Ich habe ein Problem. Was? Der hat meine Dings nicht übernommen. Meine Steuerung. Ich auch. Meine Kraft sah. Da kann ich nicht schießen. Ihr seid doch so zum Kotzen. Ja, du musst auch für alle Dings einstellen. Für alle Spiele. Set for all Games. Jungs, wird einer von euch gestorben, weil jetzt selbst unser komplettes Team am Arsch. Das ist echt so. Hallo, jemand töte dich. Geh raus. Egal was der Sinn dahinter ist. Das ist schon scheiße, ja. Wir gewinnen wahrscheinlich trotzdem. Seine Genete! Oh Gott, das ist so. Jemand hat Rockets oder so. Irgendwas was sprengt. Und noch mal. Ja. Aber es hat irgendwie so krass gesprengt. Nein, ich drücke das Falsche. Oh, ich töte ihn noch. Wir haben dir töten die Prinzess. Wir töten die Prinzess. Wir töten die Prinzess. Wir töten die Prinzess. Die Eliten-Prinzessin. Oh, ihr Idioten. Was war denn das jetzt? Wer von euch hat mit dem Hammer einfach mal dumm reingehauen? Ich hab mit der Rocket aufgeladen geschossen. Und du bist in die Rocket gesprungen. Ich hab mit dem Hammer nicht geklappt. Der war schon zu spät. Ich muss die Steuerung ändern. Ich töte nichts. Wir verlieren. Ja, no shit. Wir verlieren auch so. Ich bin in der ersten Platz. So don't... Oh, es leckt. Es leckt tatsächlich. Das ist so traurig. Wir müssen wohl nur Halo 2 und Halo 1 spielen. Und das können wir nicht, weil das Ranks hat, glaube ich. Seriously, wie kann er denn nie sterben? Tötet die Prinzessin. Sie ist One-Shot. Was? Welche Prinzessin? Prinzessin. Prinzessin irgendwas. Da ist er doch. Ich bin so schlecht, du hast. Seriously, das gibt's doch nicht. Prinzess... Rose... Oh. Prinzess Rose-O. Prinzessor... Prinzess Rose-O. Boah, da leckt er noch so das Todes rein. Drều-Zoro... Dwarer. Welcome to... Walolвол lol... Walolaaaaaa.... Der Prämmer, der Sneaky Bieber hier. Die sind so schlecht. Was? Ob er ist das der Bieber? Was? purl Die lecken! Oh mein Gott! Ich sehe gar keine mehr... Boah, Gott, wie der weg! Hallo... Nein! Hab ich noch bemerkt. Aber es ist darmer. Barret. Jetzt haben wir sie da auch geholt, ja? Warum sind unbedingt die Prinzessinnen da stehen? Weil der immer davon kommt, der ist immer One-Shot. Der ist eine Lieblings-Prinzessin. Das ist ja idiotär, das kommt hier. Gott, ich hab mit dem... Was? Wo wurde ich denn hingebautet? Was? Da vorne sind böse Leute. Machst du den Dicks hier? Was zur... Unten irgendwie, oder? Da! Unser guter Kerl hier. Das ist sowas von meiner Energieabsauger. Check das, Geist! Was zur Hölle? Gebt mir hier Vorsicht! Was zu... Wie hat denn... Warum ist denn... Das ist einfach absolut... Irgendwie hat mein... mein Energieabsauger einfach hochgejagt? Weil darum... Wie hab ich DAS überlebt? What the fuck, Alter? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What is this? Ich überlebe gerade im Mist. Wie er leckt... Vor allem der Gast leckt Nerds in Gastgeber. Nein! Ich hätte einen Triple haben können. Du hättest mich retten können, aber... Fuck it! Hättest du dich so dumm reingeratzt und zurückgehalten? Boah, es tickt mich. Haben wir überhaupt noch Gegner hier? Irgendwie ist alles so... Es tickt mich! Alles! Überall! Da... Da... Princess Rose ist raus! Oh nein! Der hat gequittet gegen unsere Triple-Gust-Power. Oder Double-Gust-Power besser nicht. Weil ich bin ja der Gast-Gaber. Nein! Nein! Oh Gott! Ich muss hier ganz schnell weg. Hier ist alles One-Shot irgendwie. Ihr müsst bedenken, dass wir das mit Halo 5 nicht mehr machen können. Scheiße! Stimmt ja! Da brauchen wir drei Konsolen. Drei Fernseher. Mehr Fernseher. Dann können wir direkt schon laden. Die werden machen wir nicht. Ah ne, laden gibt's ja auch nicht. Oh, stimmt. Es gibt wirklich echt keinen Laden mehr. Soll ich weiß nicht. Es gibt dedicated Servers! Das ist ja quasi laden! Die sind extra dafür dedicated. Dass du damit spielen kannst. Ich hoffe, dass ihr wieder einen Laden-Modus weit macht. Weil du gerade keine Internet-Connection hast. Da kannst du gar nicht spielen. So eine Scheiße. Campaign! Nein! Ja, die kannst du ja selbst auch nicht spielen! Selbst die kannst du nicht spielen! Dafür gibt's dedicated Servers für Custom-Games. Das ist cool. Lesens. Wobei ist das in gewisser Weise auch wieder uncool. Weil es bedeutet, wenn die Server mal abgeschaltet werden, gibt's überhaupt keine Möglichkeit mehr dieses Spiel zu spielen. Oh Gott! Nein! Hilfe! Da hab ich euch entdeckt! Ah! Der Vino raus! Der Vino Druns! Vino, was hieß! Ah! Ich hab mir noch gesagt! Überlebt! Er hatte doch nur zwei Kills und du hast dich so über ihn aufgeregt! Weil er immer davon gekommen ist! I am the best! No, ich stehe da so! Das ist mir egal! Ganz egal! So, wir sollten jetzt vielleicht mal vernünftig nach den Controls gucken. Da gibt's nichts mehr zu sehen. Die gesamte Abendplanung ist im Arsch! Oh nein! Oh nein! Pedition war immer lustig! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Das wird so lecky! Weißt du noch, wo wir uns beschwert haben? Wo wir nur zu zweit auf Stone Town gespielt haben? Ich beschwere mich schon meist, wenn ich alleine auf Stone Town spiele. Boah! Was ist da schon immer lag? Oh! Wer hätte das gedacht, dass die Leute tatsächlich dieses neue Spiel spielen wollen? Boah! Wer hätte das gedacht, dass jemand uns überstimmt, wo wir drei Stimmen haben? Vor allem... Wieso... Wer kommt darauf, dass 50% der Spieler nicht voten? Weil... Und diese 50% der Spieler werden in unserem Team sein und... Die voten nicht, weil sie haben Hasen, dass sie geraten. Das wäre eine Frage. Achso... Ich wollte schon sagen, was ist mit dir los? Ich meine... Gut, du hast diese Map wahrscheinlich noch nie gespielt und dieses Spiel auch nicht, aber... Es ist dieselbe Map wie sonst auch, ja. Boah! Ich bin noch nie ganz rausgefangen. Echt? Nein! Wann denn? Wann denn? Wann denn? Wann denn? Vor allem, dass du erst jetzt reagierst, was an diesem Spiel zu machen? So... EIN JAHR! After Release! Alleine Gladys lädt! Das ist so... So fair das lädt! Das ist so 2005! Wir können auch eine Kampagne spielen. Von Anfang bis Ende. Dauert nur bis... So viel Platz habe ich mir bekommen. Dann spielen wir jetzt einfach so für uns. Kann man das machen! Müttig schädeln an und los! Was hast du denn jetzt? Oh Gott! Das lag jetzt schon! Lass uns Browser kurz machen! Das geht! Okay, ich bin... Passagier! Oh, ich war ganz... Oh Gott! Nerv der Typ! Äh... Ich bin Browser! Okay... Es geht jetzt! Okay... Ja... Es ist... Naja... Ich habe es aber echt schlimmer erwartet, muss ich sagen! Kann ich sagen! Ich auch! Der Charme explodiert ja alles! Der Charme explodiert! Oh Gott! Sie sind jetzt schon! Bist du inkompetent? Ich weiß nicht, ob der Cap bisher irgendwas gekillt hat oder einfach nur... Oh, er schießt! Oh nein! Jetzt bin ich umgekippt! Oh ja! Mit diesem tollen Ding, das nicht runterscaled! Daran erinnere ich mich auch noch! Es ist auch wieder so ein mega riesiges Visier! Äh, die Visier so ein Zielkreuz! Ich habe der Sniper! Oh mein Gott! Einmal die... Wow! Was war's denn? Headshot! Ich versuche jetzt gerade mal Alpha zu holen! Was brauchen wir denn noch? Ah! Hilfe! Ich wurde überhauen angeflogen! Ich bin hinter dir! Okay! Komm! Oh! 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 Enemy Contact! Oh, ich waste die Dings! Oh Gott! Was ist denn los? Der Noscoppen ist dann doch zugeschwellt! Es ist eigentlich auch dumm, wie wir sitzen! Oh, seriously! Ah! Ah! Nein! Nein! Er ist jetzt nicht so beraten! Oh! Das lag! Das lag! Also wenn einer im Kampf ist, müssen die anderen irgendwo gegen die Wand gucken! Dann müssen wir spielen! Ja! 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 Da ist noch einer! Oh! Oh! Er hat meine Granale zerfassen! Ah! 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 Hey! Das lebt ja! Was bekommt denn der andere denn jetzt her? Spaut zurück und geht wieder auf A! Nein! Ah! Da liegt ne Shotgun und nix! Kann sein, dass die die jetzt lebt! Ja! Die nehmen B ein! Ah! Der spielt hier im E-B-B-Shotgun! Wo kann denn den Ehr der Elite? Pfff! Das ist was? Das lag irgendwie! Also nicht im Sinne von Frames, sondern von Connection! Oh Gott! In Frames auch! Ah! Alle gewinnen! Au! Was?! Ich stand direkt vor ihm! Ich stand direkt vor ihm! Da hatte er das Schwert! Da hatte er eh nicht das Schwert! In A drin stehen zwei einfach in der Kiste und campen da! Richtig so! Warte, warte, warte! Ich brauche Hilfe bei B! Alles voll bei B! Alles voll bei B! Alles voll bei B! Oh Gott! Irgendwer fließt da rum mit Glieder am Zeug! Bitte! Oh Gott! Ja, das noch! Noch einer bei B! Oh nein! Der spielt bei B! Wow! Der spielt auch eine Shotgun! Das geht nicht! Das geht nicht! Hinter dir ist ein Lift! Na ja! Oh Gott! Wir müssen jetzt einnehmen! Die Hälfte Geist! Die Hälfte Manpower! Die Hälfte Ruhe Knauf! Wie kann das überhaupt sein?! Oma X liegt eine Shotgun! Die haben eine Shotgun direkt hinten! Oh! Die B ist leer jetzt! Toi! Wer hat das um die B gecaptured? Die haben schon lange gecaptured! Ich habe es auch nur 15 Minuten angesprochen! Die Gämpfe für die ganze Zeit bei B! Und dass die B jetzt eingenommen haben! Aufmerksamkeitsspanne! Ich war hier gerade gleich! Sorry! Oh, hier sind immer noch zu viele! Was? Ich bin einig! Ich komme auch noch! Das war zu viele Sachen! Alter! Bei B ist der Shit! Da sind irgendwie vier Leute wieder! Und eine Shot! Einer Stauern! Noch einer Stauern! Double Kill! Hier! Jetzt haben wir die Kraft! Sie schreien! Sie schreien! Sie schreien! Oktoberfest! Die Bavarian Tiefen! Ja! Wir gehen nach A! C ist unter attack! Hör! Warum schreien du so laut? Es ist wichtig, jetzt zu gewinnen! Oh! Die haben C genommen! Fuck! Sie sind bei A! Ich bin auf A2! Ich bin auf C! Wir haben A! Wir haben A! Sehr gut! Wir müssen es schnell machen, weil sie... Wir haben A! Oh! Ich bin weg! Because my house is getting tired! Wieso steht da eigentlich über Princes Game R39? Vor allem, dass diese controlled Teile auch klein ist werden! Am Arsch! Ja! Ja! Fuck it! Aber wir sind wieder in Führung, Jungs! Wir dürfen jetzt nur nicht A verlieren! Oder... Wenn wir A verlieren, dass wir gleichzeitig fähig sind! In my way! Das ist nicht vorne! Ich komme! Ich komme! W! Da ist das ein Bisschen! Da will ich den Eindruck als gutem Spieler haben! Ich glaube es hat gewartet! Ich glaube! Dafür, dass das Halo 2 Anniversary war, war es doch ganz lustig! Ja! Ein bisschen durcheinander! Irgendwie ist die Kamera ausgegangen! Gut, dass wir einen Backup haben! Welches die Leer? Vielleicht! Vielleicht. Ich hoffe, wenn sie leer ist, speichert sie, was sie getan hat. Natürlich. Natürlich? Nein, wirklich. Oh, klar. Let's look how good you were. Die Speicherkarte ist voll und dann hat sie auch bald aufgenommen. Ah, okay. Das heißt, wir sind jetzt mit ihr am Start. Das ist jetzt mit dem Sie frei und dahin. Wir wissen, was wir sehen, wo wir sehen. Wir sehen uns zweit. Wir sehen uns auf der Tribune von einem Film, was weirspunkie, wir haben Twice beim Film und erfunden. Wir sehen uns dann, ob wir uns heruleben Héterske carriers zeichern. Und wir sehen uns am nächsten Mal. Vielen Dank.